Man darf über das Ende des Bürgerkriegs gar nicht öffentlich sprechen. Eine Versöhnung im größeren Stil hat noch nicht stattgefunden. Zum Abschluss des Bürgerkriegs kam es zu ganz bösen Kampfhandlungen. Und rund 400.000 Menschen wurden dann letztlich gefangengesetzt und mitten im Dschungel in Lagern untergebracht. Die Kinder wurden verletzt während der Krieg und wir hatten, in der Beginn, 300-350 Kinder, die in den SOS Tempurikia kam. Und wir waren nach ihnen. Die Kinder wurden verletzt während der Krieg und wir hatten, die in den SOS Tempurikia kam. Die Kinder wurden verletzt während der Krieg und wir hatten, die in den SOS Tempurikia kam. Die Kinder wurden verletzt während der Krieg und wir hatten,